Urdhva Pavanasana ist eine ziemlich einfache Stellung, eine Übung, die du auch als Entspannungsstellung machen kannst. Wörtlich heißt Urdhva Pavanasana die nach oben ausgerichtete Prana-Stellung. Lege dich auf den Rücken, beuge beide Knie, gib die Fußsohlen auf den Boden und bringe die Fersen Richtung Gesäß. Falte die Hände hinter dem Rücken, Falte die Hände hinter dem Kopf, Ellbogen zur Seite. Du kannst aber die Füße und Knie etwas auseinander halten und so bist du in Urdhva Pavanasana. Es heißt, dass diese Stellung dazu beiträgt, das Prana nach oben zu bringen. Pavana heißt hier Prana und Urdhva heißt nach oben. Du könntest hier auch nach dem Ausatmen Udhyana Bandha üben, Bauch einziehen und so spürst du vielleicht, wie Prana sich im Agnya Chakra manifestiert. Pavanasana